So, Mon die Maus, magst du jetzt mal deinen Ball im hohen Drass suchen? Ja, wir gehen mal hier noch ein Stück rüber, 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 rüber. Mal sehen, wie das Frauchen jetzt kommt mit links, Achtung, pass auf, und los! Nun sucht mal! Weg sind sie! Schön suchen! Such mal mit, Sheila, du kannst denen mal helfen, wenn du möchtest. Oh, Mon die ohne Ball wiedergekommen. Wo ist denn dein Ball, Mon die? Hast du den da nicht gefunden? Ah, der Kalle hat ihn! Cool! Sehen wir das mal gleich nochmal. Mal sehen, wer ihn jetzt findet. Achtung! Ah! Position! Und los! Nee, nee, der ist da noch drin. Nicht viele rauskommen. Geht suchen! Schnell, schnell! Schön suchen! Du suchst gar nicht erst mit? Bist du zu kurz für dieses hohe Gras oder zu kaputt? Gut! Der Kalle hat ihn wieder gefunden! Super, Kalle Mann! Toll! Und gleich nochmal! Lauf! Guck! 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 Ein Floh kommt schon wieder, ein Floh ohne Ball. Und der zweite Floh kommt mit dem Ball. Und der zweite Floh kommt mit dem Ball. Super gut! So, was macht? Jetzt wollen wir mal noch was gucken. Kommt mal hier mit. Der kann ja auch mal hier in unser Tal fallen, ob ihr ihn da auch findet. Achtung! Also, und los! jetzt hat ihn die mondi zuerst und verschwindet unter dem baum die kann nicht mehr ich bin aber lange nicht mehr spät den großen dicken weil er so schwer ist noch mal und los schön suchen guck mal hier eine kleine ziege der kalle such weiter helfen gehen schaffst du kalle ja toll gar nicht so einfach in dem hohen gras hier nochmal und los oh mon die hat ihn mal wieder und ich sehe nichts mehr hier hier hier